Wir haben jetzt gehört, dass bei Ihnen die nächste große Party stattfinden wird in Leimunds, bei Ihrer Praxiseröffnung. Ist das richtig? Ja, Party, schau mal, wie es wird. Also die Koordination wird eröffnet und alle sind eingeladen. Das ist normal, wann? Am 22. Jänner in der Grazer Gasse 4. Wir beginnen so um 16, 17 Uhr, würde ich sagen.